Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Intensive Care Medicine vor. Es geht nun um den zirkulären Materialfluss auf der Intensivstation, Auswirkungen auf die Umwelt und Identifizierung von Hotspots von Hohenfeld und Mitarbeitern. Im ersten Teil präsentieren wir Ihnen die Einleitung sowie die Methodik. Der Klimawandel wirkt sich nachteilig auf die menschliche Gesundheit und die Gesundheitssysteme aus. Kürzlich haben mehr als 200 medizinische Journals die Regierungen aufgefordert, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um die katastrophalen Gesundheitsschäden durch den Klimawandel zu bekämpfen. Auch der jüngste Bericht des In Government Panel on Climate Change zeigt die Dringlichkeit von Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt. Betrachtet man den Gesundheitssektor genauer, so zeigen Berichte aus dem Vereinigten Königreich, dass der Sektor für 6% der CO2-Emissionen verantwortlich ist. In den Niederlanden ist das Gesundheitswesen für 7% der CO2-Emissionen verantwortlich. Diese Daten konzentrieren sich hauptsächlich auf den Verbrauch von elektrischer Energie, Medikamenten und die Mobilität des Personals und unterscheiden nicht zwischen den verschiedenen Gesundheitssektoren, Krankenhausabteilungen oder spezifischen Produkt- oder Materialströmen. Angesichts der aktuellen Klimakrise müssen wir ganzheitliche Ansätze verfolgen, um die Auswirkungen des Gesundheitswesens zu reduzieren und zu einer Recyclingwirtschaft überzugehen. In einer Recyclingwirtschaft gibt es drei Grundprinzipien. Abfall und Umweltverschmutzung vermeiden, Produkte und Materialien in Gebrauch halten und natürliche Systeme regenerieren. Obwohl die Theorie einfach ist, gibt es bei der Umstellung auf Recyclingwirtschaft viele Schwierigkeiten und Zielkonflikte. Die sieben Säulen der Recyclingwirtschaft, Materialien, Energie, Wasser, biologische Vielfalt, Menschen, Gesellschaft und Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Wertschöpfung können als ganzheitliche Sichtweise verwendet werden, um Nachhaltigkeitsprobleme zu erfassen oder zu beschreiben und ökologische Hotspots zu identifizieren. Ausgehend von diesen Umweltproblemen und Hotspots können die 10 R-Strategien als Ausgangspunkt für Recyclingmaßnahmen des Gesundheitspersonals dienen. Die 10 R stehen für Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle and Recover. Die Strategie mit der höchsten Wirkung in der Hierarchie der Recyclingmaßnahmen ist der Abfall, während die Strategie mit der geringsten Auswirkung die Wiederverwertung ist. Die Intensivstation hat aufgrund der Covid-19-Pandemie eine schwierige Zeit hinter sich. Dabei ist auffallend, wie viele Produkte für die Versorgung schwerkranker Patienten benötigt werden und wie viel Abfall diese Produkte verursacht haben. Es ist klar, dass diese Produkte aufgrund ihres Ressourcenverbrauchs, ihrer Produktion und ihrer Entsorgung erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Es besteht Handlungsbedarf. Leider gibt es keine Daten darüber, welche Materialien auf der Intensivstation verbraucht werden und wo die sogenannten Umwelt-Hotspots liegen. Thomas Bein und Coworker schreiben, die Zeit drängt und die Intensivmedizin muss sich am Wettlauf zu emissionsfreien Gesundheitssystemen beteiligen. Die Auswirkungen auf die Umwelt können durch eine sogenannte Ökobalanz, Lifecycle Assessment, SCA, untersucht werden. Dabei werden die Umweltauswirkungen der Gewinnung natürlicher Ressourcen, der Herstellung, der Verpackung, des Transports, der Nutzung, Wiederverwendung und des Recyclingens, der Abfallentsorgung bestimmter Produkte oder Prozesse analysiert. Ökobilanzen für die Intensivmedizin wurden für wiederverwendbare Einführungssets, für zentrale Venenkanteter und für septische Intensivpatienten in den USA und Australien durchgeführt. Bei septischen Intensivpatienten lag der durchschnittliche tägliche Treibhausgasausstoß auf der US-Intensivstation bei 180 kg Kohlendioxid-Äquivalenten CO2-E, während der CO2-Fußabdruck auf der australischen ICU-ITS 88 kg CO2-E betrug. Eine andere Ökobilanz ergab 138 kg Kohlendioxid-Äquivalente pro Bettentag für Intensivstationspatienten. Eine Ökobilanz aller Aktivitäten, die auf der gesamten Intensivstation anfallen, wäre ein erhebliches Unterfangen, obwohl es möglich ist. Ein anderer Ansatz, um die Ausführung auf die Umwelt zu untersuchen und in Optionen für Recycling in Intensivstationen zu investieren, ist die Durchführung einer sogenannten Materialflussanalyse. Eine Materialflussanalyse liefert ein quantitatives Verständnis aller Waren und Abfallströme, die in das System eintreten und es verlassen. Sie kann genutzt werden, um Ressourcen und Abfallströme zu steuern. Ehrlich und Brunner fanden heraus, dass MFAs, also Materialflussanalysen, ein besonders nützliches Instrument für Entscheidungen in der Abfallwirtschaft sind und daher auch ein vielversprechendes Instrument für die Anwendung in der Intensivstation. Zu Beginn dieser Untersuchung war den Forschern keine Wissenschaftsveröffentlichungen über die Anwendung von MFA und die Identifizierung von Umwelthotspots im Krankenhauskontext auf Abteilungsebene bekannt. Die Methode Für diese Single-Center-Studie wurde eine Materialflussanalyse durchgeführt. Eine Materialflussanalyse von Brunner und Rechberger definiert, ist eine systematische Bewertung der Materialflüsse und Bestände innerhalb eines räumlich und zeitlich definierten Systems. Die Untersuchung bestand aus drei Stufenphasen. A. Analyse des Materialflusses B. Analyse des ökologischen Fußabdrucks der Materialien C. Identifizierung von Umwelthotspots Mithilfe einer MFA wurden die Materialien der wichtigsten Produktgruppen, die 2019 auf der Intensivstation des Erasmus University Medical Centers ein- und ausgehend erfasst. Die MFA wurde durch eine Kombination aus Datenanalyse, Messung und Desk Research durchgeführt und durch Interviews mit Mitarbeitern, Krankenschwestern, Intensivmedizierern und Apothekern des Erasmus Medical Centers ergänzt. Die gesammelten Daten wurden verwendet, um die Anzahl der einzelnen Materialien, die auf der Intensivstation pro Tag und Patient verwendet werden, mit ihrem aggregierten Gewicht zu vergleichen. Diese Studie konzentrierte sich auf den Materialverbrauch der Intensivstation. Der Wasser- und Energieverbrauch der Abteilung wurde nicht berücksichtigt. Das Erasmus Medical Center ist ein modernes akademisches Krankenhaus, das im Jahr 2018 eröffnet wurde. Die Datenerhebung umfasste alle Materialien, die die Intensivstation des Erasmus MC im Jahr 2019 betreten und verlassen haben. Mit dem Eintritt in die Intensivstation ist der Zeitpunkt des Kaufs gemeint. Die Auswirkungen der Wirkstoffe in den auf der Intensivstation beschafften Medikamenten wurden von den Umweltverträglichkeitsprüfungen ausgeschlossen. Geltungsbereich Die Intensivstation verfügt über 56 Betten in der Mischung aus chirurgischen und nichtchirurgischen Patientenbereichen. Die häufigsten Patientenkategorien sind Transplantation, Leber, Niere, Herz und Lunge, Neurotrauma, Kardiologie, Einstiegsherzstillstand, außerhalb des Krankenhauses und Operationen, Sepsis und Ateminsuffizienz. Es werden mehrere Organersatztherapien eingesetzt, vor allem die exokporale Membran, Oxygenierung, ECMO, das Linksventrikuläre Unterstützungssystem und die kontinuierliche Nierenersatztherapie CRRT. Patienten, die beatmet werden und oder eine ECMO- und oder CRRT-Therapie erhalten wurden im Hinblick auf die Verwendung von Materialien, zum Beispiel Kunststoffe, die für diese Therapien benötigt werden, gesondert untersucht. Einheit der Messungen. Die Materialströme werden auf drei verschiedene Arten dargestellt. Die Zunabflüssung der ICO über das gesamte Jahr in Kilogramm, die durchschnittliche Anzahl der verwendeten Produkte, Zuflüsse pro Patient in Stück pro Tag, die durchschnittliche Masse der verwendeten Materialien, Zuflüsse pro Patient und Tag in Kilogramm. Die Daten zu den Produkten wurden aus verschiedenen Managementberichten abgeleitet, darunter Reinigungsmittel, Einwegkartikel, Medikamente und Textilien, die für die Intensivstation gekauft wurden. Die Daten umfassen den Namen des Lieferanten, den Namen des Produktes, die Produktkategorie, die Verpackungskonfiguration, Menge pro Paket, die Anzahl der bestellten Pakete und die Anzahl der bestellten Einheiten. Alle Produkte wurden auf der Grundlage der Menge Produktgruppen mit einer Abdeckung von 92,7% zugewiesen. Wenn Gewicht und Material zur Umsammensetzung in den Berichten fehlten, wurden diese Informationen auf zwei Arten gesammelt. Durch Nachforschung auf den Websites der Lieferanten und in den Produktbroschüren, sowie durch tatsächliche Messung der Gewichte von Produkten, für die keine Informationen vorlagen. Die folgenden Gewichte wurden erfasst. Nettogewichtprodukt ohne die Verpackung, Primärverpackung, die Verpackung, die in direkten Kontakt mit dem Produkt, steht zum Beispiel ein Glasfläschchen. Es wurden die folgenden Materialkategorien unterschieden. Glas, synthetische Kunststoffe und Gummi, synthetische Stoffe, biobasierte Materialien, einschließlich Fasern, Papier und Pappe, Chemikalien, Reinigungsmittel, Metalle. Die Warenzuflüsse wurden berechnet, in denen der prozentale Anteil des Materials mit Gewicht und Menge multipliziert wurde. Abfälle. Die Verwendung von Produkten in Einweckartikeln führt zu Abfall. Die spezifischen Abfallmengen, die auf der Intensivstation anfallen, wurden nicht gemessen. Die Abflüsse wurden anhand der Zuflüsse geschätzt und dabei das Prinzip der Massenbilanzierung angewandt. Das Zusätzlichgewicht der menschlichen biologischen Flüssigkeiten wird nicht berücksichtigt. Bewertung des ökologischen Fußabdrucks Es wurde eine ökologische Fußabdruckanalyse durchgeführt, um die mit den Materialien der Produktgruppen verbundenen Auswirkungen an Masse zu analysieren. Jedes Produkt bzw. jede Verpackungsanheit wurde auf der Grundlage einfacher Annahmen für die Materialzusammensetzung modelliert, die durch Sekundärforschung und das Wiegen der Produkte und ihrer Bestandteile ermittelt wurden. Anhand dieser Annahmen wurde die Zusammensetzung für jedes Produkt bzw. jede Verpackungsgruppe anhand der Einträge für Materialien und Herstellungsprozesse aus der Encoinvent LCA Inventory Database Schweiz definiert. Diese Zusammensetzung ergab einen gewichteten Durchschnitt der Auswirkungsintenitäten für jede Produktgruppe. Anschließend wurde die Recipe-Methode zu berechnen der einzelnen Umweltwirkungskategorien verwendet. Für die Umweltauswirkung wurden folgende Wirkungskategorien verwendet. Treibhauspotenzial, Kilogramm CO2-Äquivalent Kilogramm Material, landwirtschaftliche Flächenbelegung, Quadratmeter pro Kilogramm Material und Wasserbrauch in Milliliter pro Kilogramm Material. Ein Umwelt-Hotspot kann als ein Problembereich definiert werden, der erhebliche Umweltauswirkung verursacht. Diese Hotspots zeigen, wo dringender Handlungsbedarf besteht und wo Chancen für Kreislauf-Innovationen liegen. Als Hotspots wurden die Produkte identifiziert, die erstens die größte Masse und zweitens die schlechteste Umweltbilanz aufweisen. Ergebnisse siempre ich ein ich ich Untertitelung. BR 2018